Liebe Freunde, im heutigen Evangelium hat mich ganz besonders ein Vers berührt, nämlich das ganze Volk hing an ihm, um ihn zu hören. Das ganze Volk hing an den Worten Jesu. Ja, die Worte Gottes sind Worte des Lebens. Und ich möchte euch heute besonders dazu einladen, lest in den Familien die Heilige Schrift, teilt die Bibel miteinander, nehmt sie her, nehmt das Tagesevangelium, geht es durch und fragt euch, was will Gott mir heute in meinem konkreten Leben sagen? Und dann teilt es miteinander.